Tyrosphere Schritt für Schritt ist ab sofort auch als iPad-Version verfügbar auf www.keyboardseminare.de In HD für jedes Detail. 16 Kapitel in drei Sprachen. Deutsch, Englisch und Holländisch. Mit einer Länge von fast 2,5 Stunden können Sie die 16 Kapitel jederzeit schnell erreichen und sofort zu jedem Themenkomplex springen. Die einfachste Methode, den Film in Ihr iPad zu übertragen, ist die Synchronisation über iTunes. iTunes ist eine kostenlose Software für Apple- und Windows-Computer. Laden Sie zunächst den Film auf Ihren lokalen Computer herunter. Der Film ist ca. 6,5 GB groß. Öffnen Sie iTunes und ziehen Sie den Film einfach in Ihre iTunes-Bibliothek. Sie können den Film selbstverständlich auch direkt am Computer anschauen. Wählen Sie die Sprache hier aus. Verbinden Sie Ihr iPad mit Ihrem Computer, mit einem USB-Kabel oder drahtlos. Das iPad taucht unter Geräte auf. Stellen Sie nun sicher, dass Tyrosphere Schritt für Schritt für die Synchronisation aktiviert ist. Drücken Sie Synchronisieren, um den Synchronisationsvorgang auszuführen. Nach wenigen Minuten befindet sich der Film auf Ihrem iPad im Bereich Filme. Drücken Sie hier auf Kapitel, um die 16 Kapitel anzuzeigen. Einfach ein Kapitel auswählen und schon geht es los. Um am iPad die Sprache auszuwählen, öffnen Sie hier das Transportfeld und wählen die Sprache aus. Die iPad-Version ist inhaltlich identisch mit der Mixer-Konsole. Falls Sie die DVD bereits besitzen und die iPad-Version zusätzlich bestellen möchten, bekommen Sie diesen Film selbstverständlich zu einem speziellen Vorzugspreis. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.